Könnte ich jetzt mal heilen? Ja, das stimmt. Das könnte ich mal tun. Achso, da hast du mir noch einen Umschlag gegeben, danke. Gibt es noch etwas, was ich kombinieren kann? Benzin hast du jetzt nicht mehr dabei, oder? Oh, Vorsicht, der ist ausgelöst. Dem war es jetzt wahrscheinlich doch zu langweilig. Oh, der wird... Was? Okay. Ja, weil es machte. Sehr heftig. Na gut, aber an sich ist es nicht wirklich eine Bedrohung, da fand ich die Zomio schlimm. Der ist auch schlimmer. Nix da. Oh, hier, der hat schon einen Ultraschuldrank fallen gelassen. Wirst du den nehmen, oder? Äh, brauchen wir zwar eh nicht, aber... Warum habe ich eigentlich für den Post jetzt keinen Erfolg bekommen? Ich habe doch keinen Stamm bekommen. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob ich den Erfolg schon habe. Ja, den hast du. Gleich beim ersten Mal, wo er ihn getötet hat. Ne, den muss ich eigentlich schon gehabt haben. Wurde, weil ich mir ist nicht bewusst, dass es in Einblendung kam. Aber gut, ich habe es ja auch schon mal gesagt. Echt? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hey, wieso... Das manchmal ist es komisch mit den Kill-Animationen. Ne, das sind ziemliche die Lays anführen nicht. Ja, da... Das man einfach... Die dich macht und dann greift sich der Zombie an den nächsten Augenblick. Guckst du blöd. Ja, hier, Bauplan. Für. Versteckte Jakker. Kennen wir schon, langweilig. Der ist ja noch beiseite, entdecken wir die Rezepte, bevor wir, äh, nachdem wir die Sache schon gebaut haben. Ja, das stimmt. Ne, was ich ein bisschen... Komisch finde, ist, dass man hier irgendwie nicht so richtig speichern kann in dem Level bislang. Muss doch hier irgendwie mal... Oder gut, vielleicht hat es jetzt nach dem Boss gespeichert, aber... Ich habe echt gesagt, ich würde nicht drauf ankommen auf ihn. Oh, Sobio, nein, 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 wieder auf mich. Dieses Drecksvieh echt. Das geht's gern. Boah, ätzend. Ich bin völlig am Arsch. Ähm. Es gab doch irgendwelche Pflanzen, die haben... Ach, Holung gegeben. Die zählen aber nicht dazu. Egal. Gesundheit. So, das ist ja auch hübsch. Noch ein Goldner-Kölsch. Ich würde sagen, Sie sammelst du mal ein, weil... Eventuell die Affen, die haben. Ich könnte mir einigemal gut vorstellen, dass irgendeiner die haben will, ja, weil die steht noch ja nicht umsonst rum. Wenn ich die da kombinieren kann, kann man die mit... Das klingt schon wieder nach irgendwas Großen. Wahrscheinlich bloß ein Dickerchen, wa? Ja. Hm. Blöd. Wo sind wir jetzt? Ach, hier unten. Na ja, toll. Da ist eine Wasserstelle und dort ist ein Ausrufe zeichnet, ist aber auch eine Wand. Hm. Komisch. Was machen wir jetzt? Jetzt fahren wir eben zurück zu anderen Inseln und stand da. Ja, oder so. Alleine mit der Reise zur Insel müsste es ja schon klappen. Das ist natürlich jetzt nicht die schickste Lösung, aber was sollst. Wenn dir an was geht. Nichtig. Oh, hier hat es sich der Flammenwerfer gelohnt. Nee, der war auch vorhin schon ganz dran gebraucht. Ja, das auch. Das ist ein Schließes antrittlich aus. Also in dem Fall schon, aber rein theoretisch. Kaput. Harpunengriff wolltest du dir nicht... Ach nee, du kannst ja den Bogen nicht benutzen, Schale. Schade. Ja, das können wir ja trotzdem mitnehmen. Ja, das auf jeden Fall, denn ich glaube, ich könnte noch was kombinieren. Nein, du baust dir nicht noch eine scheiß Schusswaffe. Erstmal bin ich dran. Ja, ne, kann ich ja dann wieder zerlegen, wenn du es so etwas... Ja, aber keine kompletten Waffen, oder? Doch, doch, die kannst du komplett zerlegen. Habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Da hatte ich den zwischen den Waffen gewechselt, wo ich noch nicht so viele Teile für zwei Waffen hatte. Ja, die Frage ist bis zu was. Ach, ich esse jetzt einfach noch was. So, mal gucken. Das kann ich jetzt mit Benzin zusammenfügen, will ich aber nicht. Da habe ich hier noch so einen tollen Kompressor. Und da war es jetzt schon wieder schade. Hm, ist ja blöd. Reicht es nicht für noch einen Flammenwerfer? Oh, was ist das denn? Warte mal, jetzt muss ich mal meine... Jetzt trenne ich die mal. Schade, das reicht nicht. Und das ist wirklich die drinnen. Reicht auch nicht. Schade, also ich habe jetzt gerade irgendwie... ...unfertige Kettensäge mit Generalleistung. Achso, weil du hast ja noch die Ketten. Oder? Göttchen, Fähne habe ich. Danke. Braucht natürlich auch Sprit. Das ist... Ach, du Schade. Ja. Ja, hast du die Kettensäge in der Hand, aber oh nein, ein Zombie im Nachhinein. Hast du? Ey, du bist so eine Flachzange. Ne, ohne Sprit kommst du halt nicht weit im Leben. So, pass auf. Tote Katze. Jawohl. Ja, ne tote Katze. Das ist so, kann man schon mal der Truller weiterhelfen. So. Cool, das habe ich. Die Schnellfeuerwaffe, den Flammenwerfer. Hä? Ach, der gibt es auch noch einen Weg lang. Toll, der zum Beispiel. Ne, der hat sich die Hand gerannt. Ne, ne, hinten ist ein Aufgang. Auf Weg, Dingens. Aber der ist, der stellt sich genauso geschickt an wie wir immer. Und fällt einfach mal runter. Ah, schön, endlich wieder. Und ich bin Ziele füllen. Geil. So, Zweck heute erfüllt. Wir können auch nur zu speichern ausmachen. Ähm, ich kann wieso... Warte mal. Ach, jetzt. So. Flasche füllen. Irgendwas war doch noch... Ach, ich habe noch einen Kanister. Ach, ne, den habe ich jetzt. Habe ich nicht mehr. Moment. Habe ich den weggehauen? Das wäre doof. Kanister, ja. Hast du weggemacht. Ja, und schlafen muss man auch. Ja, und schlafen muss man auch. Wäre schon nicht schlecht. Ja, ich will jetzt erst mal ein bisschen hier. Ja, danke. Ist ja krass, die Kettensäger tatsächlich Probleme an der Weste. Fetze, dass sie dann trotzdem immer noch so ein ziemlich gutes Balancing reingebracht haben. So, warte mal. Wollen wir jetzt hier lang? Jetzt die Frage. Da sind hinten so rum. Hirsch. Oder kommen wir hier irgendwie rüber? Coco Secret, shiny treasure. Sag ich doch. Beautiful for house of Coco. But Coco is scared. Survival helping Coco? Fünf Stück, und wie viel habe ich? Nicht genug. Vier. Inner, inner steht direkt daneben. Ach so, ja, ich bin. Beautiful. This is treasure for Coco. Coco give reward for survivor. Stärke dran, yay. Bitte lieber Offer. Oh, Mann. So, erst mal ein Feuerchen und dann uns das zu essen gekocht. Tja, so lange wie das jetzt so ist, sind wir auf jeden Fall schon in einer zweiten Folge, würde ich behaupten. Das behaupte ich nicht auch. Also, seid willkommen. Sehr wahrscheinlich. Oh, richtig. Ansonsten seid ihr einfach nochmal willkommen, ist ja auch nicht schlecht. Doppeltelt besser. Möbelt ihr willkommen geheißen werden. Sein Tuten. Tätet. Ich wollte gerade sagen, tätet. Wir gehen jetzt mal zur Tossi, gegen der Todskarte. Und dazu springen wir aber nicht darüber. Ich wollte eigentlich den Hirsch mehr vor. Knöpfer, der ist inzwischen weg. Töter. Auff糕. Arschlochhürsch. Hauptmullt töte. nach mann wir kommen wir los sein noch eine bessere Prozent war vor allem den Motorsäge geben und durch die Sperren durchkommen ja oder was sind durch die künstlichen Level Begrenzung oder aber wirklich Fortschrittsbegrenzung er dann war verstehe ich nicht warum wir dann auf der ersten und so auch nicht weiter könnten da vielleicht gibt es noch einen Granatwerfer oder Mörser oder Panzer oder keine Ahnung Panzer irgendwie orbitales Bombardement aus Warhammer Universum ja bestimmt also irgendwie sowas irgendwie sowas muss es ja einfach sein kann ich die Katze mit irgendwas verbinden mit einem Speer oder sowas vor Ort der Kreische Kochen oft gespielt sind später zurück das war so noch eine Flasche Wasser er ich bräuchte mal mit einem o sogar eine Limo Held ja ich denke immer an unsere Versorgung ja ich finde den ganzen Karten nicht mehr weil die Bömer schon passt h der Kiefer Prozent sehr schön das ist ein bisschen für mich nein ich habe Das war energisch. Okay, waren wir schon. Und es geht nicht. Wow! Was? Der Todmacher geht um. 75 von 100, was? Der Todmacher geht um? Naja, Speed. Okay. Wurde mir nicht passieren, da ich treiben kann. Puh. Ja, hm. Kommen wir richtig gut voran. Oh. Jawoll! Das muss erst mal hinkriegen hier. Das ist Jagd. Hinterher rennen und Totschleim. Ich bin sehr arg. Da musst du erst mal wieder nachlegen, also bitte. Mir hätte schon noch gefehlt, dass du dich einen Sperr in der Hand hattest. Wow! Fuck, fuck, fuck. Warte, warte, warte. Weg da! Erst mal wieder einen Flammwerfer ausgepackt hier. Ich will auch mal so schnell in den Rucksack greifen und einen Flammwerfer rausrufen. Der für alle Fälle hat mir nicht dabei, was ist es, wenn eine Lady mal nach Feuer fragt. Und dann zum See. Der wechselt den Kinn, warte mir, ey. Der wechselt wohl nicht so anders, man. Ich wollte gerade sagen, der wechselt nie wieder was. E. Oh, Mann. Äh, schön. Gut, und jetzt? Ach so, Sommir, ja. Wer da wird dann gespeichert. So, sie klingelt. Äh, Martha. Knapp daneben. Tote Katze ich finde es auch gut ob das Schrödingers Katze ist es immer hat es ist schon auf dem Bild gesehen das war nicht mehr schon ziemlich geil ob ich da wohl nein die Antwort hat wir schon bei der erste Wissen und Flammenwerfer probiert aber diesmal habe ich einen Molli geworfen ich dachte so mit dem Winkel und so könnte ja aber ne komm mal mit oh wow wieder auf dem falschen das war es noch auch die Stadt das ist doch ein Scheiß fest wird es jetzt so lief obwohl der Wüttelsen die Omi machen dass das hier freigeschalten mit ihren Fingerschnitten und sagen Atman und sohle schalte doch die Träume schaltet es mit frei wo ist es denn die Katze suchen das ist eine Katze suchung This isn't my Enzo. This is just the fur of a mutilated cat. You are a real shit of a human being. No battery for you. Bring me back my Enzo. That cat means the world to me. I won't even think about your battery until he's returned. Die Katze ausstopp. Geil. Ich hab leider nix. Gib mir die Katze. Was hast du? Hast du irgendein Item? Mal gucken ob's geht. Nee es geht nicht. Was hattest du dabei? Stoff. Achso ja gut da halt ich auch reichlich. Aber irgendwas. Was könnte es denn sein? Hm. Gut. Na dann haben wir jetzt euren gespeichert. Dann würde ich sagen machen wir jetzt Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. 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 Tschüss.